Ja, hi! Willkommen zur nächsten Einheit im Themenbereich Ballistik. Und zwar geht es heute um die Außenballistik. Die Außenballistik beschäftigt sich mit allen Abläufen, die zwischen Mündung und Ziel stattfinden. Und ja, genau darum soll es heute gehen. Okay, und da starten wir mal mit so einer kleinen Agenda, worum soll es denn in dieser Einheit gehen und schon mit den ersten wichtigen Begriffen. Zum Thema Außenballistik sollten wir die sogenannte Flugbahnkurve oder auch die sogenannte Geschossflugbahn kennen. Das ist die rot angezeichnete hier. Dazu erzähle ich euch dann gleich noch ein bisschen detaillierter etwas. Wir sollten die sogenannte Seelenachse kennen, mit Doppel-E geschrieben, nicht mit H. Was das ist, erzähle ich euch auch gleich, beziehungsweise zeige ich euch gleich anhand des Bildes. Wir sollten die sogenannte Visierlinie kennen und wir sollten wissen, was ist eigentlich die GEE, die günstigste Einschussentfernung. Und ja, genau um diese vier Begriffe dreht sich das folgende Video und deshalb würde ich sagen, starten wir auch gleich mit dem ersten Begriff. Was ist denn unsere sogenannte Seelenachse? Also die Flugbahnkurve haben wir hier schon mal angezeichnet und jetzt wollen wir wissen, was ist die Seelenachse. Die Seelenachse zeichne ich mit dem Grünstift an und zwar ist die Seelenachse nichts anderes als, wenn ich einen Schuss abgebe und ich habe keine Kräfte, die auf das Geschoss wirken, also keine Erdanziehungskraft, kein Luftwiderstand, dann würde ja theoretisch mein Geschoss unendlich weit geradeaus fliegen. Und diese theoretische gedachte Linie, die wie eine gerade Laufverlängerung ist, das ist unsere Seelenachse. Ich mache das hier mal mit Grün. Grün ist unsere Seelenachse. Das heißt, ich gebe hier den Schuss ab und es wirkt kein Luftwiderstand, es wirkt keine Erdanziehung und mein Geschoss würde ewig geradeaus weiter fliegen. Ja, jetzt denkt ihr euch, okay, ja, Seelenachse ist ja schön zu wissen, aber ist ja irgendwie nur theoretisch, weil in der Realität fliegt ja mein Geschoss so und nicht so. Ja, das stimmt, aber diesen Begriff brauchen wir im Folgenden noch, um zu verstehen, wie wir Zielfernrohr und Waffe, beziehungsweise Optik und Waffe ausrichten. Also, Seelenachse haben wir. Die Flugbahnkurve ist ja auch schon angezeichnet, die ist rot dargestellt und dann fehlt uns noch die sogenannte Visierlinie. Die Visierlinie, wie der Name schon sagt, Visier, die ist eigentlich, ja, die ist unsere verlängerte, ja, unser Sichtpunkt, wenn man so will. Das heißt, die läuft auch gerade. Wenn ich hier durchgucke, schaue ich hier gerade durch und sehe hinten mein Ziel. So, und jetzt haben wir hier den Fall, ich schaue hier durch, ich gebe den Schuss ab und mit steigender Entfernung fällt mein Schuss ja immer weiter ab, mein Geschoss immer weiter ab. Das heißt, je größer die Entfernung, desto größer ist der Tiefschuss. Und diesen Fall haben wir, wie wir es hier sehen, wenn unsere Visierlinie parallel, Visierlinie parallel zur Seelenachse steht. Dann haben wir das Problem, je weiter ich entfernt bin, je weiter das Ziel entfernt ist, desto größer wird der Tiefschuss bei Seelenachse parallel zur Visierlinie. So, und das ist für die Jagdpraxis sehr unpraktisch, weil ich halt immer überlegen muss, okay, ja, wenn ich jetzt hierhin ein Stück beschieße, ich muss erstmal einschätzen, okay, wie weit ist es entfernt, wie groß ist mein Tiefschuss und muss immer überlegen. Und deshalb, um das nicht so zu haben, um diesen großen Tiefschuss auf weite Distanzen zu haben, sind Seelenachse und Visierlinie nicht parallel. Wir schießen nämlich unsere Waffe ein und dafür ordnen wir, oder ja, dafür bringen wir Visierlinie, das heißt die Linie hier, wo wir durch unsere Optik schauen, und unseren Lauf, das heißt unsere Seelenachse, in einen Winkel. Also sie sind dann nicht mehr parallel, sondern sie schneiden sich. Und das zeige ich euch mal in einem neuen Bild, wir wischen das jetzt hier alles mal komplett ab und dann versteht ihr auch, warum wir Seelenachse und Visierlinie nicht parallel haben wollen, sondern in einem Winkel angeordnet, wie es hier schon angedeutet ist. Also, ich wische kurz ab, bin gleich wieder da. Ja, so, jetzt ist die Tafel wieder sauber und jetzt wollen wir Seelenachse und Visierlinie in einen Winkel bringen. Das machen wir, indem wir unsere Waffe einschießen. Wir, ja, passen diesen Winkel zwischen Seelenachse, das ist ja unsere verlängerte Lauflinie, und Visierlinie, das heißt das ist diese hier, den Winkel verändern wir. Und das zeichne ich jetzt mal an. Also unsere Visierlinie wieder, die geht hier gerade durch. So, die blaue ist unsere Visierlinie. Jetzt haben wir wieder unsere Seelenachse, die grüne Linie. Und da haben wir ja gesagt, die Seelenachse, die ist auch geradlinig. Die geht jetzt hier so nach oben weg. Da sehen wir schon mal, Seelenachse, unsere theoretische Linie, schneidet unsere Visierlinie genau einmal hier in diesem Punkt. So, wichtig, der Lauf ist ja für uns jetzt nicht mehr interessant, weil hier ist ja unser neuer Lauf, der ist jetzt nur noch dran, weil wir es vorhin benötigt haben. So, und jetzt haben wir natürlich noch unsere Flugbahnkurve. Und da ist es natürlich so, wenn unsere Optik und unser Lauf im Winkel angeordnet sind, verläuft die Flugbahnkurve ja hier anfangs noch parallel erst mal zu unserer Seelenachse. So, die laufen hier so noch lang. Und irgendwann, dadurch, dass wir Erdanziehung haben, dadurch, dass wir einen Luftwiderstand haben, haben wir auch wieder unsere, ja, sogenannte Flugbahnkurve. Flugbahnkurve, das heißt, es ist eine Kurve. Und hier sieht man, wir haben die Visierlinie, die blaue Kurve und die Flugbahnkurve. Und diese schneiden genau in zwei Punkten. Und diesen Punkt haben wir einmal hier. Hier haben wir einen Fleckschuss. Das ist der erste Fleckschuss. Und hier haben wir nochmal einen Fleckschuss. Also, Visierlinie und Flugbahnkurve schneiden sich zweimal. Visierlinie und grüne Seelenachse schneiden sich einmal. Ja, und warum machen wir das jetzt, das Ganze? Warum sind Lauf und unsere Einrichtung, unsere Zieleinrichtung in einem Winkel angeordnet? Naja, jetzt ist es so, jetzt haben wir zweimal einen Fleckschuss. Vorhin, wenn ihr euch daran erinnert, da hatten wir hier das Geschoss, was hier abgefallen ist. Das heißt, je weiter die Distanz, desto größer war auch der Tiefschuss. Und hier habe ich ein viel weiteres Spannungsfeld, in dem ich eben nicht überlegen muss, halte ich jetzt höher, halte ich jetzt tiefer an. Und wie dieses Spannungsfeld aussieht, das gucken wir uns gleich mal anhand von richtigen Munitionsschusstabellen an, wo ihr solche Daten eben entnehmen könnt. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Wir haben, wenn wir das in einem Winkel anordnen, zweimal den sogenannten Fleckschuss. Und hier im Scheitelpunkt, in der Mitte von diesen beiden, haben wir unsere größte Distanz. Also hier haben wir den größten Hochschuss. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Und genau an diesem Punkt kommen wir jetzt auch zur GEE, zu unserer günstigsten Einschussentfernung. Und wenn ihr euch da mal so eine Munitionspackung anguckt, da stehen dann Sachen drauf, wie zum Beispiel GEE 177 Meter. GEE 177 Meter. Ja, und da solltet ihr wissen, was bedeuten jetzt diese 177 Meter. Und zwar sind diese 177 Meter der Punkt, an dem ich den zweiten Fleckschuss habe, beziehungsweise anders kann man es auch ausdrücken, der Punkt, an dem meine Flugbahnkurve zum zweiten Mal die Visierlinie schneidet. Da schieße ich Fleck. Hier wäre das also, der zweite Fleckschuss wäre bei 177 Metern. Aber wichtig bei der GEE ist, dass es nicht nur der zweite Fleckschuss ist, sondern, dass wir hier 4 Zentimeter Hochschuss haben im Scheitelpunkt. Das heißt, GEE 177 Meter bedeutet, zweiter Fleckschuss, also zweite Mal Flugbahnkurve und Visierlinie kreuzen sich, bei 177 Metern, wenn der höchste Punkt hier bei 4 Zentimetern ist. So, und das kann man sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Schießstand bin. Und ich hänge jetzt hier meine Zielscheibe auf. Das zeichne ich euch mal ein. So, ich gehe auf den Schießstand und möchte meine Waffe einschießen. Und dann ist es so, dass häufig die Waffen eben genau auf diese GEE, auf diese 4 Zentimeter Hochschuss eingeschossen werden, auf 100 Meter. So, ich schieße meine Waffe auf 100 Meter Distanz ein, gängige Schießstandentfernung und schieße sie mit 4 Zentimeter Hochschuss ein. Bedeutet also, wenn ich meine Zielscheibe habe, ich habe den schwarzen Kreis, ich schieße 4 Zentimeter über diesen schwarzen Kreis auf 100 Meter. Dann schieße ich durch die Zielscheibe, mein Geschoss fliegt weiter, angenommen dahinter ist kein Kugelfang, dann würde mein Geschoss bei 177 Metern wieder Fleck schießen. Das heißt, wenn ich meine Zielscheibe, jetzt hier, also hier die gestrichelte Linie war unsere Zielscheibe, Also, wenn ich diese Zielscheibe hier aufhänge, bei 177 Metern, treffe ich hier wieder ins schwarze. Und, wo treffe ich noch ins schwarze? Klar, bei dem ersten Fleckschuss. Der ist je nachdem, sagen wir hier mal, der ist hier zum Beispiel bei 35 Metern, da treffe ich hier ins schwarze. Wenn ich auf 4 Zentimeter Hochschuss einschieße. Und da können wir uns nochmal angucken. Also, ich habe hier, ich schieße meine Büchse ein auf 4 Zentimeter Hochschuss. Wir sagen, wir haben hier unsere Zielscheibe, genau wo der Ring ist beispielsweise, haben wir unsere 4 Zentimeter. Ich ziele mit meinem Zielfernrohr direkt auf diesen Punkt. Müsste jetzt hier natürlich auf dieser blauen Linie sein. Ich ziele direkt auf diesen Punkt, treffe aber hier 4 Zentimeter höher. So, jetzt habe ich eine Zielscheibe und hänge die Zielscheibe auf 177 Metern auf. Treffe ich direkt ins schwarze. Jetzt nehme ich die Zielscheibe und hänge die Zielscheibe auf 35 Meter auf. Und was passiert? Ich treffe wieder ins schwarze. Das heißt, in dieser Spannbreite von meinetwegen 35 Metern, je nach Geschoss, je nach Waffe abhängig, in dieser Spannweite von 35 Metern bis 177 Meter und auch dahinter noch, habe ich einen sehr geringen Differenzbereich von maximal 4 Zentimetern, die für uns jagdlich faktisch nicht relevant sind, da wir einen sehr großen Bereich haben, in dem wir tödlich treffen. Also, ob das Stück jetzt auf 35 Meter steht, hier treffe ich es, Fleck. Ob es auf 100 Meter steht, da schieße ich lediglich 4 Zentimeter höher. Oder ob es auf 177 Meter steht, wo ich auch wieder Fleck schieße, brauche mich im jagdlichen Einsatz erstmal nicht interessieren. Relevanter wird es dann natürlich wieder, wenn ich auf sehr weite Distanzen schieße, wenn wir hier irgendwie bei 300 Meter sind. Da muss ich dann natürlich schon wieder überlegen, weil dann das Geschoss natürlich auch wieder weiter abfällt. Genau. Also, das zum Thema GEE. GEE ist der Punkt, wo sich Visierlinie und Flugbahnkurve zum zweiten Mal schneiden. Wenn, das ist wichtig, nicht nur wo sich das zweite Mal schneiden, wenn ich bei 100 Metern 4 Zentimeter Hochschuss habe. Also genau hier dieser Punkt. Genau. Und jetzt wollen wir uns das Ganze nochmal auf echter Munition angucken, wie das Ganze da aussieht. Weil, ihr könnt euch ja auch denken, je nachdem, was ich für Munition habe, liegt unsere GEE weiter hinten oder weiter vorne. Und, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines Kaliber habe, ist die GEE eher weiter vorne, zum Beispiel bei 160 Metern. Wenn ich zum Beispiel ein Magnum-Kaliber habe, liegt es zum Beispiel bei 200 Metern. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Da können wir uns hier zum Beispiel mal das Geschoss im Kaliber 308 Winchester angucken, mit einem Geschossgewicht von 10,7 Gramm. Und, ja, was sieht man da jetzt? Also wir haben zum einen, steht hier oben 100 Meter und unten steht GEE 170 Meter. Und diese GEE, das wären hier, was wir hier 177 Meter haben, das wären hier bei dem 308 Winchester Geschoss mit 10,7 Gramm Geschossgewicht, wären eben 170 Meter, da trifft unser Geschoss das zweite Mal Fleck. Und jetzt gehen wir ein bisschen nach rechts in der Tabelle und sehen jetzt sehr schön, wenn wir bei 100 Meter sind, haben wir genau unsere 4 Zentimeter Hochschuss. Und genau das können wir aus der Tabelle ablesen. 100 Meter, 4 Zentimeter Hochschuss, GEE bei 170 Metern, bei dem 308 Winchester Geschoss mit 10,7 Gramm Geschossgewicht. So, und jetzt vergleichen wir das Ganze mal mit einem Kaliber 300 Winchester Magnum Geschoss. Gleiche Geschossgewicht, 10,7 Gramm. Und da ist es jetzt so, da ist angegeben eine GEE von 201 Meter. Das heißt, wenn ich meine Waffe auf 4 Zentimeter Hochschuss, auf 100 Meter einschieße, ist mein zweiter Fleckschuss bei 201 Meter. Das bedeutet, unser Geschoss hat eine viel gestrecktere Flugbahn, klar, ein Magnum Geschoss, hat eine viel höhere Energie, höhere Treibladung. Und da sprechen wir auch von der sogenannten Rasanz. Wir hatten gesagt, unser 300 Winchester Geschoss von gerade eben, 10,7 Gramm Geschossgewicht, war bei 170 Meter. Und jetzt haben wir gesagt, das Magnum Geschoss, gleiche Geschossgewicht. Sind wir hier hinten irgendwo, sagen wir, das ist zum Beispiel hier, sind wir bei 201 Meter. 201 Meter Magnum, normal. Und genau, da würden wir sagen, das Magnum Geschoss ist viel rasanter. Und das zeichnet sich in einer gestreckten Flugbahnkurve aus, also rasants. Ein rasantes Geschoss hat eine viel gestrecktere Flugbahnkurve. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, dass die hier natürlich viel gestreckter ist und hier hinten dann erst irgendwie bei 201 Meter das zweite Mal schneidet. Wir haben natürlich hier auch die 4 Zentimeter Hochschuss, das habe ich jetzt ein bisschen, also hier werden es jetzt natürlich auch 4 Zentimeter, wenn ich das jetzt hier nochmal, nochmal richtig anzeichne. Mit, mit dem, nehmen wir, dann nehmen wir einen orangenen Stift. So, jetzt zeichnen wir das nochmal richtig an, also in orange, Magnum Geschoss. Das geht hier durch. Bei 4 Zentimetern. Und fliegt dann natürlich hier, bis es letztendlich bei 201 Meter das zweite Mal Fleck schießt. Und das bezeichnen wir als rasants, also ein rasantes Geschoss hat eine viel gestrecktere Flugbahnkurve. Wenn wir hier das rote Mal mit dem orangenen vergleichen, viel gestreckter, das bezeichnen wir als rasants. Und ein Magnum Geschoss ist natürlich rasanter als ein normales Geschoss. Ja, und dann lasst uns nochmal in eine weitere Tabelle reinschauen, beziehungsweise nochmal in die gleichen Tabellen. Wir hatten gesagt, GE 170 Meter, normales Geschoss, Magnum Geschoss 201 Meter. Und da sehen wir auch ganz genau, Magnum Geschoss 201 Meter, wieder bei 100 Metern 4 Zentimeter Hochschuss. Und wenn wir da mal weiter gucken, sehen wir ganz hinten, bei 300 Metern haben wir beim Magnum Geschoss, wenn wir unsere Waffe so einschießen, den Winkel 4 Zentimeter Hochschuss auf 100 Metern, haben wir bei 300 Metern einen Tiefschuss von minus 19,1 Zentimetern. Und das solltet ihr beachten. Das zu dieser Thematik, was ich euch jetzt gerne noch zeigen würde, auch in einer Schusstabelle, das heißt, wenn ihr euch so eine Packung nehmt und ihr schaut hier hinten einfach mal auf die Packung drauf, habt ihr hier diese kleinen Tabellen drauf. Und neben der GE zum Beispiel, haben wir dort ja auch die Energien angegeben. Und das sollten wir auch nochmal kurz durchgehen. Da haben wir zum Beispiel bei einem Kaliber, hier ist es das RWS 22 Remington, ein Geschoss. Und da ist immer die Angabe E und dann eine eckige Klammer und ein J, das heißt, das ist unsere Energie in Joule. Und hier haben wir auch die E0, das ist eben unsere Mündungsenergie, wie wir sie im vorherigen Video kennengelernt haben. Und wir haben aber auch unsere E100. Und da sehen wir hier im Kaliber 222 Remington, sehen wir unsere E100 von 1037 Joule. Wenn wir uns dagegen einen Kaliber angucken, dann nehmen wir wieder das Kaliber 308 Winchester mit einem 10,7 Gramm Geschossgewicht. Und da gucken wir uns auch nochmal die Energie an. Und da haben wir eine E100 von 3009 Joule. Und ja, was sagt uns das jetzt? Da haben wir natürlich wieder unser Paragraph 19 Bundesjagdgesetz, die sachlichen Verbote. Und mit der 22 Remington, wenn wir da nochmal reingucken, da ist natürlich so 100 Meter 1037 Joule. Die ist gerade so für REWEL zulässig, weil sie erreicht die 1000 Joule auf 100 Meter. Sie ist aber nicht für übriges Schalenwild zulässig, also ich durfte damit nicht auf Rotwild jagen, weil sie nicht die 2000 Joule auf 100 Meter erreicht. Und das erreicht aber hier im Vergleich, wenn wir die 308 Winchester uns nochmal angucken, das ist ein hochwildtaugliches Kaliber. Sie erreicht auf 100 Meter 3009 Joule. Und damit weiß ich, kann ich diese auf Hochwild einsetzen. Also das wichtige Punkte, wenn ihr euch Munition kauft, dass ihr da drauf schaut, also erstmal, was sind die Energien? Darf ich das überhaupt auf die Wildart verwenden, die ich bejagen möchte? Und auch darüber solltet ihr euch im Klaren sein, wie ihr eure Waffe einschießt, weil manche schießen ihre Waffe zum Beispiel auch auf 100 Meter Fleck ein. Gängig ist es, 4 Zentimeter Hochschuss auf 100 Meter einzuschießen. Da könnt ihr auch gerne mal rumprobieren auf dem Schießstand. Wenn ihr zum Beispiel mal auf 35 Meter schießt, wo sitzt da der Schuss? Ihr schießt auf 100 Meter, wenn der Schuss 4 Zentimeter hoch sitzt zum Beispiel. Wo treffe ich, wenn ich auch wieder auf den schwarzen Punkt in der Mitte anhalte? Wo sitzt der Schuss, wenn ich meine Zielscheibe noch weiter nach hinten positioniere? Und da werdet ihr genau dieses Verhalten sehen. Und genau, schaut auf die Munitionspackungen drauf. Da habt ihr die wichtigen Angaben drauf. Wo schießt meine Munition Fleck? Wo trifft sie auf 300 Meter, wenn ich sie auf 100 Meter Hochschuss 4 Zentimeter einschieße? Und ja, an dieser Stelle denke ich zum Thema Büchsenmunition. Passt das soweit? Sollte, sollte alles klar sein. Gleich schauen wir uns nochmal das Thema Flintenmunition an. Und ja, dann bis gleich.